Also fangen wir an. Ja. Saubertausch. Wie geht das nochmal? Und los. Let's go. Waluja, erklär mal. Fahrrad fahren. Nein, wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Bei mir nicht. Miri und Kine. Hallo. Hast du vorher online aktiviert, Dalu? Ja, natürlich. Ich sehe ja 1000 Nachrichten. Ja, sicher? Hast du das sicher? Das war ja auch gerade einfach ein bisschen falsch. Oh. Shiny Glurak. Tausch abgeschlossen. Kommt dann jetzt was? Jetzt Y-Dot. Ja, jetzt Y-Dot und dann geht's los. Habt ihr schon wieder verbackte Pokémon oder was? Nee, noch nicht, noch nicht. Aber das, was ich gekriegt habe, wäre mal lieber verbackt. Dann wäre es wenigstens was zu brauchen. Ah, ja. Ich hab hier schon... Könnten beide funktionieren. Ist das legal? Hm. Hm. Ich hab's wirklich geschafft, sechs Carpador zu trainen. Jawohl! Sehr gut. Ich finde da, äh, bei Items gibt es die Spezialregel, er muss... Komm, mit Absicht gemacht, dass man den Namen lassen kann, ne? Komm, mit Absicht gemacht, dass man den Namen lassen kann, ne? Scheiße! Ah! Hör doch mal auf da, du. Kannst du bitte nicht so gute Pokémon dagegen? Dankeschön. Der bläft halt nur durch. Der kriegt halt wirklich nur Carpador aus so kleinen Steins. Also ich hab ein Regileki, oder wie auch immer das heißt. Ein Regileki? Regis sind nicht erlaubt. Regileki. Ligiliki. Das ist halt leider geschehen. Vielleicht nicht. Oh, vielleicht nicht. Vielleicht hat jemand das so geschickt. Der wollte bei Louis was Gutes tun. Also wir haben auch schon noch ein paar Beste, die in die Sofa schickt wurde, ne? Ja. Ja. Die, also... Der ist gut. Der auch. Also ich bin ja so ready. Ach, das ist ein Level-1-Müll. Ach man, das will ich nicht. Oh. Musst du zurückgeben. Okay, hab ich gerade gefreut und das ist nur scheiße. 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 Die beiden sind auf jeden Fall dabei. Und von den beiden, er oder er? Also hier. Wer von den beiden? Hm. So? Das kann ja gar keine Attacken. Das ist Level 45. Und kann nix? Nein, wie kann denn das sein? Alle Attacken vergessen lassen, bis auf Routenschlag. So einfach... So Blufox-Troll. Komm, jetzt noch was Gutes. Komm. Äh. Äh. Mir und Items mochten sie. Also ich natürlich auch. Da seh ich mich. Da seh ich mich wirklich. Alter. So, wenn der jetzt auch fertig klickst du einfach Augen. Ja. Okay. Weggucken. Wer... Katze, nächstes Mal möchte ich bitte, dass du mich nicht einlädzeln darfst. Hallo dabei ist. Dankeschön. Aber ich fand das eigentlich ganz chillig. Das war so... So... Ich weiß nicht. Geh los jetzt. Ja. Ich fand das echt chillig. Ich finde übrigens immer noch... Obwohl ich wahrscheinlich mit der meisten Stunden in dem Spiel habe, habe ich immer noch die beste Trainerkarte. Mh. 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 Das funktioniert bei mir, weil das ein Gruppenangriff ist, oder warum? Aber ich habe noch Flammenkörper. Ach so. Warum hat das getroffen? Feurio. Wir müssen dafür sorgen, dass es nicht mehr trifft, habe ich gehört. Nein, das habe ich nicht gehört. Moment, was hat denn Vulpix dann? Mundgeruch. Ja, auch. Das kann voll Mio machen, hallo. Der brennt ganz doll, der Mundgeruch. Jetzt komm, jetzt schlag dich selber. Du hast Flammenkörper, oder? Feuerfänger. Feuerfänger, danke. Der muss ja gucken. Na ja, klar musst du gucken. Der muss ja rausfinden, der hat noch einen Angriff. Na toll. Toll. Das ist nicht nett. Leider sehr effektiv, weil mir die dann ab jetzt gar nicht mehr trifft. Ja. Oh! Damit bin ich tot. We both. Nein! Weil Louis sag mal, hast du eigentlich schon was gemacht in dem Kampf, oder hast du immer nur daneben getroffen? Ich will noch ein bisschen da sitzen, Alter. Ich sitze noch ein bisschen rum. Jo, mach das. Ich kann ja eh nichts machen. Ja. Da kannst du weiter Fadenschuss böllern. Hast du schon? Ich schieß wieder. Miri, wir sind ein gutes Team. Du machst weg und ich mach den Rest. Okay. das Wasser Pokémon raus sollen sollen. Ich hab jetzt nicht unbedingt die stärksten Geschichten, aber ich sollte ein bisschen Damage machen, wenigstens. Ruckzucki. Mata. Weg damit. Ein Ruckzuck. Einfach weg damit. Lehmschelle drauf. Au, ey. Präminier. 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 Oh, ja. Ich hab noch eine stärkere Attacke, aber die wollte ich eigentlich vermeiden. Ach, Mann. Wusstes, Alter. Hat da jemand verfehlt mit seinem Irrlicht? Du hast noch nichts getroffen in diesem Kampf, oder? Hier kann ich doch nichts für, oder? Hm. Doch, klar. Die Zufallswerte werden am Trainer Skill Level berechnet. Hä? Hab ich auch gehört. Glaube ich den am Ende noch oder nicht? Ne, wir brauchen ihn jetzt. Jetzt kommt ein Banger. Ich sag's dir. Let's go, Kapador. Ach, schade. Aber er ja schon wieder. Den kennen wir ja schon. Kann ja direkt verbrennen werden. Kannst du nicht. Der ist nur Kampf. Ja, ist mir doch egal. Der verbrennt trotzdem. Sehr gut. Er hat sie abgekauft. Was soll das jetzt wieder heißen? Jawoll. Man nervt doch nicht so rum, Katze. Der ist in Wirklichkeit nämlich ein Wasserkampf. Und jetzt gibt's Riti aufs Baul. Boah, der arme Fuchs. Gemein. Ist ein Schneefuchs, der kann gehen. Meinst du, ich treffe jetzt Miri? Ich frag nur. Nein. Weg mit dir, da. Wie kann dieses Scheißding eigentlich nichts treffen heute, hm? Ist eine gute Frage. Ja, ich hab grad Flammenkörper mit Dingen verwechselt. Dass man keine Feuerangriff abbekommt. Ach so, ja. Der Feuerfänger und Flammenkörper und unterschiedliche Sachen. Oh, guck mal. Da ist aber, dass das linke ist aber direkt weg. Und das rechte sollte jetzt durch Sandkrab sterben. Also, ich glaub, ich werd da nochmal mit meiner Faust... Du haust da nochmal drauf, hörst du? Kann ich jetzt aber irgendwas treffen, das wär schon schön, ne? Stackelnspore. Aua. Jetzt bist du aber richtig weg hier. Paralysiert, aber das hält mich nicht auf. Ja, aber langsamer bist du jetzt. Oh, natürlich kann das Käfer gebrummen. Ist klar. Natürlich tankt das das. What the hell? Aber hält das auch den Nahkampf? Nee. Hey, verlau, ey. Peace. Sehr gut, sehr gut. Meinst du, ich treffe jetzt? Nein. Das erste Mal. Oh, Parlo, er hat was gemacht. Nee, ganz kurz. Er hat noch nichts gemacht. Er ist paralysiert und verwirrt. Ich sag dir, die Paralyse hält ihn davon ab, Schaden zu kriegen und dann bricht die Verwirrung. Oh, das sieht ja gar nicht gut aus. Mal sehen, was wir noch haben. Wenn die Pokémon Items dabei haben, dürfen wir die benutzen. Parlo, wir haben ja null Schaden gemacht bis jetzt. Ja. Ihr seid fies, kann ja nichts dafür. Der hat ja sogar einen Feuerfänger. Also der hat uns gerade unsere Attacken gefangen. Oh. Yeah. Dubstab-Volo. Oha. Der hat Risiko-Tackle. Oh, das ist gut. So und so und so. So ein Volo hat nämlich ganz, ganz große Schwäche für den Hack-Up. Da du trifft nix. Mein Ding kommt immer da durch. Ja, ja. Paralyse, verwirrt. Es ist egal. Guck mal, wie er da steht. Der ist es scheiße. Der wird jetzt gar nichts mehr treffen. Der muss noch mal einen von denen in ein Ding geben. Der Kopfstoß. Ist das nicht ein bisschen unfair Katze und Dalu gegen Baloui Miri? Ja, es könnte jederzeit vorgeschlagen werden, dass wir andere Teams spielen, aber... Ne, Moment. Ich finde diese dauerhafte... Niemand will mit Baloui spielen. Hallo. Moment. Das ist deine Frau. Wow. Hallo. Ist jetzt mal gut oder was? Es kommt eh durch. Let's go. Oh, meine Paralyse. Endlich, ey. Und gleich bist du nicht mehr verwirrt. Okay, komm. Okay. Ich wechsle aus. Okay. Aber ist das deren letzter? Ja doch, ich kann auswechseln, auf jeden Fall. So, ich packe die beide in den Sandkrab. Oh, weil hier Miri ist effektiv gegen meins. Was? Ja. Boah. Lift. Ich glaub, der Zug ist aber abgefahren. Aua. Er ist auf seinem eigenen Ball ausgerutscht. Genau, genau. Alter, der doppelkickt einfach, mein Arm ist wie Brava. Oh. Tritt es? Er tritt es oder tritt es? Oh, du bist so geschreckt. Du hast so geschreckt. Das gibt's doch gar nicht. Man muss auch mal Glück haben. Ja, ich kommt mein Togekiss. Paraflinchset gegen Baloui. Der wird nie wieder... Ja, aber ich hab echt noch ein gutes. Jetzt kommt ein Banger-Cover. Das ist ein gutes. Das ist ein gutes. Wild. Ja. Und damals wirklich nicht schlecht. Der ja? Ja, ich glaub... Wir müssen uns nicht mehr lange rauszögern, oder? Ja, auf wen gehst du? Geh mal auf Dab-Wool. Okay, ja. Ich mach Miri weg. Fies. Ja, Blauli hat noch einen, aber... Ich kann nicht versprechen. Wir machen jetzt so wenig Schaden. Ich hoffe, was wir mehr Schaden macht. Ich müsste... Let's go, Capador! Wee! Oh! Ja, ist aber gut, ist gut. Aua, ich wurde angeknabbert. Ja, geht nicht. War das Blauli? Sag mir bitte noch Blauli. Ach, Mann! Das ist nicht fair! Mann! Das war knapp! Das ist normal. Das ist einfach nur verfehlt. Aber... Aber das ist nicht fair! Warum? Du hast nur verfehlt. Beim nächsten Mal geht das durch. Ja. Haben wir was falsch gemacht? Ja, natürlich! Alles! Ich fand deinen Einsatz aber gut. Nee, der war auch gut. Er wollte helfen. Mhm. Mhm. Also er war hilfreich auf jeden Fall dabei. Das macht... Also Kasselit macht aber auch gut Schaden. Oh, dann hätten wir vielleicht auch das gehen sollen, oder? Boah, der geht aber... Oha! Die wollen deine Dame aber unbedingt verprügeln gerade. Ja, das ist halt auch gut da. Äh? Viel Erfolg, Balui! Viel Erfolg! Ich hab das mit Elektro am Boden vielleicht vergessen. Ich hab neulich erst einen Balui gemacht, wo ich genau dasselbe gemacht hab. Und Balui hat aber noch zwei, ne? Ja, ja, mit Baluis. Ja, ihr habt aber auch noch genug. Jetzt, äh, entspannt euch mal. Das ist auch Sand am Meer. Blauli hat keinen Bänger. Sand am Meer? Ich verwirrde ihn jetzt mit einer Drachenattacke. Ich sag's dir. Die hittet und verwirrt. Mann, so ein Müll. Es tut mir leid, Miri. Er würde ich jetzt auch sagen. Zen-Kopfstoß. Oh, das macht einfach gar keinen Schatz. Oh! Mann! So macht man das. Schade, keine Verwirrung. Ich will das letzte Pokémon von Balui noch mitbekommen. Kann man Gigadynamax eigentlich in den Optionen deaktivieren, damit diese Animation nicht kommt? Glaube nicht. Leider nicht. Wär echt schön, ne? Wär so zeitersparend. Stell dir mal vor, wir würden noch so eine Regel einführen. Du darfst einmal Gigadynamax einsetzen oder so. Ja? Ich möchte doch nur... Mann! Ich wollte doch nur zwei Angriffe machen. Einmal Turbodreher. Damit ich jetzt hoffentlich schneller bin. Oh, das ist gut. Ich senke noch die Verteidigung, habe ich gehört. Oh, der Schaf. Bin ich jetzt schneller durch den Turbodreher? Das wissen wir leider nicht. Ich habe auch leider keine Erstschlagattacke, was das angeht. Aber ich glaube daran, dass du es bist. Ich versuch's trotzdem nochmal, damit ich auch schneller bin als ein zweiter. Jawoll. Mein armes Schäfchen. Walu, was hast du noch? Irgendwas krasses? Was krasses? Doch. Was hat er? Hallo? Ja gut. Er hat sich selbst. Hallo? 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 Ich schicke dieses Ding ab. Sag mal! Ey, aber zum Glück habe ich einen Knirscher, der sehr fiktiv ist. Dann ist das schnell vorbekommen. Ich müsste noch schneller sein als ein Fleckbond, oder? Ja, also... Mann, ey! Seid nicht so wütend da. Wurm draufbeißen, easy win. Ach, das Ding ist so lahm, Alter! Ja gut. Wer ist denn wer? Die Leute, die noch Pokémon haben, sind immer wir. Ja, äh, GG in die erste Runde. Das war aber diesmal hart Handicap für mich, ne? Will ich nur sagen. Also die Runde war echt... Das stimmt. Die Donnerwelle auf... Die Donnerwelle auf... Die Donnerwelle auf dem Boden war... Bisschen wild. Mann!